Was würden Sie an meiner Stelle tun, wenn Sie erfahren würden, dass jemand Ihre Familie ermordet hat? Opfer 1, Dr. Susan Kelly. Hallo, Daddy. Hab dich lieb. Das zweite Opfer ist FBI-Agent Gerald Kelly. Es tut mir so leid. Das FBI übernimmt den Fall, also schlage ich vor, dass wir uns auf das entführte Kind konzentrieren. Ich bin Detective Santiago. Es geht um einen vermissten Zweijährigen. Ja? Du hast einen Mann und eine Frau ermordet. Da war ein Mädchen. Wo ist sie? Keine Ahnung. Ich überbringe nur Nachrichten. Ich verstehe Ihre Wut über das, was mit Ihrer Frau, Ihrem Bruder und Ihrem Kind passierte. Ihrer Tochter geht es gut. Aber der wahre Schuldige ist jedoch Ihr lügender, heuchlerischer Bruder. Wissen Sie, ich habe ihm etwas Geld anvertraut, das nicht meines war. Also sagen Sie mir, wo das Geld ist, und ich gebe Ihnen Ihre Tochter zurück. Ich suche meine Tochter. Alles klar. Sie müssen mir glauben. Ich werde alles tun, was ich kann. Wo ist meine Tochter? Wo ist meine Tochter?